hi friends endlich wochenende die zweite schulwoche ist jetzt endlich vorbei und ja ich bin jetzt gerade heim angekommen denn ich war gerade mein vater noch in der stadt beim mediamarkt und ich habe mir was gegönnt einmal muss ich euch zeigen einmal habe ich mir fifa 15 gegönnt ja man das heißt erst mal das ganze wochenend durchsuchten mega geil ich freue mich übel drauf und ja also ich wollte mit fifa das kam ja am 25 raus und ich wollte mir das eigentlich am 24 kaufen bei uns gab es im müller drogerie schon am 24 und ich habe gedacht ja komm ich kaufe es mir erst am 25 dann war ich da an dem 25 dann gab es nicht mehr habe ich mich mega angepisst heute haben wir den 26 und dann gab es immer noch nicht deswegen habe ich mir gedacht komm egal ich gehe schon zum mediamarkt und dann kaufe ich mir das habe ich mir vom mediamarkt gekauft und ich habe mir noch was gegönnt und zwar den google chromecast endlich mega geil ich habe mich ja mega drauf gefreut jetzt alles zu haben und das jetzt einzurichten ich tue jetzt erst mal eine runde fifa zocken und hier sieht es wieder aus meinem zimmer richtig schlimm mein gott ich komme gar nichts gar nicht mehr zu aufbauen ich drehe nur noch videos gerade zurzeit und bin nur noch am lernen und habe gar keine zeit mehr irgendwie aufzuräumen naja das muss ich auch bald machen und dann habe ich dich habe ich bald leider nicht mehr mein baby ich werde ich schon vermissen naja also ich würde sagen wir sehen uns gleich später wieder ciao hey ich bin jetzt gerade auf dem weg in die stadt ich war jetzt gerade schon in der stadt und bin jetzt wieder auf dem weg in die stadt weil ich wieder daheim war in der zwischenzeit und ich habe jetzt ein bisschen fifa gezockt so fifa 15 und ich sage euch mal meine meinung ich habe noch die xbox 360 also das ältere modell und ja also es ist nicht so ein mega unterschied zu fifa 14 bis jetzt also die spieler sind schon besser aus auf jeden fall und wie die schießen und das ganze ist schon ein bisschen besser aber dass ich jetzt so bis jetzt noch nicht gemerkt die ganzen features die gesagt haben dass es geben soll das habe ich bis jetzt noch nicht gemerkt ich hoffe dass ich jetzt noch merken werde wenn ich das ein bisschen intensiver zocken werde und das ganze ja aber auf jeden fall ist bis jetzt echt ein geiles spiel weil ich lieb fifa einfach und ja genau ich war jetzt gerade zu einem kumpel ich muss da kurz den chromecast vorbeibringen wir testen sind ein bisschen ob es mit windows phone funktioniert ich denke nicht weil windows phone scheiße aber jeder hat halt seine favoriten von den smartphones und so er liebt windows phone und alles was mit windows zu tun hat und ich bin halt voll der apple fanboy naja auf jeden fall das machen wir dann und danach fahre ich noch zu einem anderen kumpel da gehen wir ein bisschen fifa zocken oder wir gehen nicht wie verzeugen wird sondern wir zocken bei ihm bisschen fifa freue ich mich schon drauf und ja dann würde ich sagen wir sehen uns später wieder wenn ich jetzt irgendwo bin oder dann daheim mal schauen wie ich das machen mit dem film ich glaube ich bin die jungs nicht ja auf jeden fall bis dann ach so und hier neben mir liegt eine banane ich habe mega bock auf eine banane gehabt und die esse ich jetzt gleich oh mein gott das ist was sie sagt na ich habe job über fleißig wird das was ist gut tutonst И du Luwe wiringen Mimimimig. Mimimim. Lecker. Nein. Schmeckt nicht so gut. Ich will das mal reinfüllen. Flup! Hör doch auf! Hör auf, das fliegt eh wieder rein. Das ist so... Ey, Alter, hör doch auf! Wer hat denn mein Gesicht? Ich schwöre, ich kriege das nicht mehr rum. Das ist schon vermessen. Jawohl. Es ist schade, ich habe viel zu spät angefangen. Ich hätte es mal früher aufnehmen müssen. Wo bleibt dein Schmatzen? Komm, trink mal was. Prost. So, grüßt du mit deinem Dingster-Boomster. Warte mal, darf ich mal? Jetzt habe ich sie, ha? Schaut mal die an hier. Ja, aber jetzt, wenn es schon angefangen hat zu filmen, dann kann ich auch gleich den Vlog jetzt beenden. Ich bin jetzt daheim, seit, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so. Boah. Stopp mal. Okay, sorry. Ich bin jetzt auf jeden Fall daheim, seit einer halben Stunde oder so. Und ja, damit würde ich jetzt den Vlog beenden. Wir sehen uns bald wieder. Ich muss leider die Kamera bald abgeben. Schade. Aber ich mache noch ein paar Videos. Und dann würde ich sagen, bis dann. Ciao. Ciao. Oh, 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 oh!